Was geht ab meine Freunde? Herzlich Willkommen zu einem weiteren Marktausblick. Ja, diese Woche war sehr, sehr negativ. So fair muss man allen da draußen gegenüber sein. Im Endeffekt alle Prognosen, die letzte Woche, die wir durchgesprochen haben, sind alle im Endeffekt niedergegangen. Der Dollar hat uns komplett in den Arsch. Ihr wisst schon, was ich meine. Und die Frage ist, jetzt geht es so weiter. Sehen wir weiterhin einen kompletten Moon-Going-DXY, also einen US-Dollar oder sehen wir eine mögliche Korrektur. Das werden wir uns auf jeden Fall im heutigen Update-Video anschauen. Bevor wir jedoch starten, lasst dem Video wie immer gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich gerne in die kostenlosen Telegram-Talk- und Signalgruppen reinschauen, wenn ihr Bock auf Updates, News und Signale. Kommt da gerne rein. Der Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung, natürlich wie immer. Und auch gerne die neue Podcast-Folge anhören, die ist seit Freitag online auf Apple, Spotify, wo auch immer ihr das gerne anhören möchtet. Ja, ansonsten würde ich sagen, verlieben wir keine Zeit, geben wir rein in die Analyse und wir sehen den DXY, der letzte Woche komplett nach oben hin geballert ist. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass wir hier eine Art Rising Redge formen. Wir haben einen sehr, sehr hohen Errors mit einer Bearish Divergence und allem drum und dran gehabt. Hat den Dollar aber wenig interessiert. Wir sind nach oben durchgebrochen und in der Spitze sogar auf hier 107 Punkte hochgegangen. Ja, im Endeffekt hatten wir dann am Freitag, wenn wir jetzt mal in den 4-Stunden-Chart reingehen, eine kleine Korrektur, was den Märkten wie Krypto und den Stockmärkten so einen kleinen Aufwind gegeben hat. Haben dann aber gesehen, okay, der ehemalige Widerstand, den wir letzte Woche durchbrochen haben, ist dann jetzt sogar nochmal als Support getestet worden. Und jetzt wird es natürlich darauf ankommen, wie geht es dann nächste Woche weiter, weil sehen wir weiterhin einen steigenden US-Dollar. Wird das negative Auswirkungen haben auf die Stockmärkte und natürlich auf die Kryptomärkte? Also im Endeffekt hat sich grundsätzlich an der Sache von letzter Woche wenig geändert, nur dass wir im Endeffekt jetzt einfach den Widerstand nochmal als Support bestätigt haben. Wie geht es weiter? Dafür ziehen wir uns mal ganz kurz das FIP-Level, schauen uns an, okay, wo liegt unser Golden Pocket? Das liegt hier oben bei 106,3 und genau diesen Punkt sollten wir auch nächste Woche in Auge behalten. Wir haben hier eine Ineffizienz direkt am 0,786 auch noch. Sollte der Dollar es hier nicht drüber schaffen, nachhaltig bzw. ein höheres Hoch zu bilden, sondern eher sogar noch drunter zu schließen, dann gehe ich davon aus, okay, die Moon-Sache beim DXY ist dann erst einmal vorüber und wir werden eine deutliche Korrektur nach unten hin sehen. Ich sehe momentan zumindest noch nicht, dass wir jetzt hier eine Endlose-Rallye nach oben hinkriegen, auch nicht auf den Daily-Time-Frame, weil wir einfach komplett überhitzt sind. Interessiert aber auch nicht immer, also richtet euch nicht immer grundsätzlich nur nach dem RSI, ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, denn nach oben hin haben wir auch noch einige Ineffizienzen zu füllen und wir haben es auch schon mal öfters angesprochen. Die Marke hier oben bei 100 oder ja doch 109 halte ich nicht gerade für unausweichlich, also die Möglichkeit bestünde, dass wir hier in den nächsten Wochen einen Anlauf dahin starten. Kurzfristig, aber wie gesagt, könnte der Dollar erst einmal eine kleine Korrektur vertragen, meiner Meinung nach, der Markt ist ziemlich überhitzt und natürlich dann auch für die Stocks und Kryptomärkte ein bisschen positiver deuten. Aber wie gesagt, wir müssen abwarten, was der 4-Stunden-Chart uns zeigt. Sollten wir hier nach oben hin komplett durchballern, dann war es das auch mit einer Crypto- und Stocks-Rally. Also das wird nächste Woche der entscheidende Faktor sein, wie wir hier am Golden Pocket und am 0786 reagieren. So, gehen wir rüber zum Euro gegenüber US-Dollar, der natürlich auch komplett nach unten hin gesackt ist. Position wurde ausgestoppt, die Long-Position nach Take Profit 1 glaube ich, also hier erstmal momentan in keiner Position mehr drin. Wir haben auch unseren Support, über den wir letzte Woche drüber gesprochen haben, erst einmal verloren. Nur wenn wir uns das Ganze jetzt mal auf den Daily Close angucken, wir hatten einen beschissenen Daily Close. So fair muss man auch sein und auch mit der Wortwahl, sorry, aber es ist so, wir hatten einen beschissenen Daily Close. Der war nämlich unter diesem Support. Natürlich haben wir am nächsten Tag uns nochmal recovered, aber wirklich nachhaltig war das nicht. Wir haben kein höheres Hoch mehr darüber geschafft. Wir wurden auch hier wieder deutlich zurückgewiesen. Also für mich persönlich sieht das Ganze erstmal danach aus, dass der Euro weiterhin deutlich absackt und wir möglicherweise, ihr seht schon hier unten die blaue Linie, wäre dann die Parität gegenüber dem US-Dollar. Also um Kryptos auszucashen in Euro, möglicherweise könnten die nächsten Wochen sehr, sehr interessant werden und wenn wir jetzt einfach uns den DXY nochmal ganz kurz angucken, seht ihr auch, okay, da oben die Ineffizienz bei 109 würde fast 1 zu 1 genau bedeuten, dass wir eben beim Euro gegenüber dem US-Dollar hier unten diese blaue Linie nochmal sehen werden. Also es sieht ehrlich gesagt eher danach aus, dass der DXY auf den größeren Timeframes weiter noch steigen könnte. Euro natürlich sind kurze Recoveries nach oben hin möglich, aber derzeit sieht es nicht danach aus, dass wir hier komplett wieder to the moon hochgehen. Würde ich auch derzeit davon abraten. Das heißt, für mich persönlich bin ich hier erstmal mal auf der Short-Seite oder suche neue Short-Entries. Für mich persönlich sollten wir wirklich nochmal einen schwächeren Dollar nächste Woche sehen. Das heißt, so eine kleine Korrektur am Rande, dass wir zumindest beim Euro nochmal die magische Marke hier oben von 1,07 Euro sehen, grob, wo hier oben unsere 4 Stunden Supply-Zone wartet und dann einen erneuten Abverkauf in Richtung Parität ist dann auf jeden Fall drin. Vorerst würde ich hier aber keine weiteren Trades eingehen. So, gehen wir rüber zu den Stockmärkten und fangen da wie immer an mit dem Dow Jones. Wie sieht es dort aus? Auch hier eine sehr, sehr schwache Woche hingelegt. Also wirklich sehr schwach. Wie gesagt, der Dollar hat uns im Endeffekt alles zunichte gemacht. Jede scheiß Prognose, die ich letzte Woche gesagt habe, ging komplett in die Hose. Also sorry dafür, aber sowas muss auch mal im Endeffekt sein, beziehungsweise muss man dann auch dazu stehen. Ihr seht hier, wir hatten einen krassen Abverkauf diese Woche. Wir haben hier noch zwei entscheidende Punkte und die liegen hier unten bei 33.268 und bei der 33.000-Punkte-Marke. Wenn wir uns das auf dem 4-Stunden-Chart anschauen, sind es eben diese zwei Ineffizienzen, die es hier noch zu füllen gibt. Das wäre auch so möglich, dass wir uns nächste Woche hier wieder finden und das wären auch die nächsten Long-Positionen, die ich momentan so ein bisschen im Petto habe. Die Erholung jetzt gerade, okay, so eine kleine Recovery hatten wir. Die ging dann hier hoch bis auf ungefähr 33.900 Punkte. Die wurde aber sofort wieder abverkauft und das ging nach unten. Wir haben jetzt ein höheres Tief gebildet. Grundsätzlich nicht verkehrt, aber was mich hier stört, ist einfach, dass wir keine richtige Bullish Divergence hier im Markt drin hatten. Also das ist so dieser einzige Negativfaktor. Wenn wir uns das FIP-Level dazu sehen, sind wir auch unter dem Golden Pocket geschlossen. Also auch nicht wirklich Bullish. Deswegen rechne ich auch hier erst einmal möglicherweise nochmal mit kurzsteigenden Kursen. Also es könnte schon möglich sein, dass wir Richtung Montag, Dienstag nochmal die Marke hier versuchen anzulaufen, aber dann möglicherweise eben diesen Abverkauf in Richtung 33.200 oder 33.000 Punkte kriegen. Und das, wie gesagt, sind die nächsten Long-Positionen, die ich jetzt erst einmal geplant habe, dass wir jetzt hier schon Richtung 32.400 Punkte gehen, wage ich erst einmal zu bezweifeln. Ich bin momentan hier an keiner Position mehr drin. Den Short hatten wir geschlossen. Den Long, wie gesagt, das sind die zwei Zonen, die ich mir jetzt erst einmal vorstellen kann. Sollten wir hier mit zwei Entries arbeiten, würde ich den Stop-Loss aber trotzdem hier unten bei 32.200 Punkte hinlegen. Man könnte eventuell nochmal eine dritte Position hier am Low bei 32.600 wagen. Dann würde sich das Risk einigermaßen in Grenzen halten, meiner Meinung nach. So, gehen wir rüber zum S&P 500 und hier haben wir im Endeffekt das gleiche Spiel. Einen sehr, sehr starken Abverkauf. Position Short geschlossen, weil ich jetzt erst einmal nicht denke, dass wir noch einen megagroßen Crash sowas in der Nähe sehen. Deswegen Long-Szenario für mich. Machen wir diese grüne Box weg. Long-Szenario für mich wäre dann hier unten dieses kleine Gap, was wir noch hier haben. Das befindet sich bei 4.229 Punkten. Wäre auch für mich, wie gesagt, der erste Anlaufpunkt. Ansonsten sehe ich dann erst einmal hier unten die 4.120 Punkte. Das wären hier die letzten Tiefs, wo dann im Endeffekt diese ganze Rallye in Anführungszeichen begonnen hat. Also auch hier gehe ich erst einmal davon aus, dass es hier nochmal runtergehen kann, um dann eine Long-Position zu eröffnen und das Gap hier oben bei knapp 4.400 Punkten zu schließen. Ziehen wir uns auch noch das FIP dazu. Wie sieht es danach aus? Also wir nehmen das von unserem Top bis zu unserem derzeitigen Low. Seht ihr auch, okay, das Golden Pocket liegt genau hier an diesem Gap. Sollten wir nochmal ein tieferes Tief sehen, was ich eben glaube, mit eben dieser Ineffizienz bzw. mit diesem Gap würde sich das Golden Pocket hier leicht verschieben und wir sehen, es würde wirklich auf den Dollar genau das Golden Pocket an diesem Gap liegen. Und dann müssen wir eben weiter beurteilen, geht es tiefer? Je nachdem, wie die Reaktion ist oder sehen wir einfach nochmal den nächsten Pump. Aber wie gesagt, dafür ist es zu früh. Das ist zu viel Zukunftskrammerei. Das ist jetzt erstmal so den Weg, den ich für nächste Woche auserkoren habe, den ich hoffe, dass er eintritt, dass wir nochmal ein tieferes Tief sehen mit einer Bullish Divergence auf einem 4-Stunden-Timeframe. Und dann können wir hier ohne Probleme das Ding erstmal nach oben hin longen. So, gehen wir rüber zum NDX. Wie sieht es dort aus? Gleiches Spiel wie bei den anderen Stockmärkten. Hier hat sich sehr, sehr wenig getan, um das Bild mal hier ein bisschen klarer zu machen. Wir haben hier auch nach oben hin ein kleines Gap. Warum hier so viel noch offen ist, frage ich mich auch. Short-Position ist noch offen. Die habe ich jetzt verdoppelt. Also auch die könnt ihr, wenn ihr Bock habt, könnt ihr die gerne verdoppeln. Wir hatten ja eine Entry hier oben bei 15.500 Punkten, irgendwie so knapp. Die habe ich verdoppelt, weil ich hier auch nochmal von einem tieferen Tief ausgehe. Langfristig, ich glaube nicht, dass wenn wir jetzt hier runtergehen, nochmal dieses tiefere Tief holen, dass wir dann hier auf jeden Fall hochgehen, das Gap füllen bei ungefähr knapp 15.000 Punkten, aber dann auch nochmal möglicherweise sogar ein Abverkauf bis runter 13.600 Punkte sehen. Das ist so ein bisschen der langfristige Plan. Deswegen Short-Position verdoppelt. Long-Position gibt es momentan noch keine. Auch hier warte ich jetzt erst einmal ein bisschen ab. Wie läuft der Montag, Dienstag, aber hoffe hier auch auf das tiefere Tief, um hier in dieser 4-Stunden-Demand-Zone ein bisschen noch Liquidität zu angeln und dann hier unten die Long-Position aufzumachen. In dieser 4-Stunden-Demand-Zone haben wir auch noch eine Daily-Demand-Zone. Also sie würde sehr, sehr gut passen in diesem Orderblock, dass wir uns die Liquidität hier unten holen. Dann eine Erholung sehen. Auch hier ziehen wir uns mal ganz kurz das FIP-Level von unserem letzten Top zu unserem derzeitigen Low. Und sollte sich das so im Endeffekt auserkoren, wie wir das jetzt gerade besprechen, dann würde sich hier auch das Golden Pocket nahe an unserem Gap befinden. Also auch hier, wie gesagt, nur die Short-Position verdoppelt und Long-Entry warte ich dann hier unten noch. Den ersten Take-Profit, wenn ihr es verdoppeln wollt, würde ich hier bei 14.500 Punkte legen. Ansonsten gibt es hier wenig zu sagen. Gehen wir rüber zum DAX. Wie sieht es da aus? Hier wurde meine Position leider ausgestoppt, hat aber den Hintergrund. Meine Position war mit einem falschen Stop-Loss. Das habe ich aber selber verkackt. Stop-Loss sollte eigentlich hier unten hin bei 15.100 Punkte. War so, ist ein Fehler von mir gewesen. Derzeit gehe ich hier momentan von keiner Position aus. Also was wichtig war, wir haben dieses 3-Monats-Tief hier drüben mal erreicht oder sogar 6-Monats-Tief haben wir immer unterschritten. Das Gap gefüllt, das waren die wichtigen Punkte, die der DAX gezeigt hat. Aber ansonsten auf Daily-Sicht und in den kleineren Time-Frames ist mir das derzeit noch ein bisschen zu wenig. Keinerlei Bullish-Divergence. Wir haben tiefere Tiefs, wir haben ein tieferes Hoch hier auch nochmal gebildet. Das heißt, dieser Hochpunkt hier oben bei 15.593 Punkten, auf den wird es entscheidend vorankommen. Sollten wir hier noch ein tieferes Tief bilden, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass wir hier nochmal eine Long-Position reinwagen. Mit einer Bullish-Divergence würde das sehr, sehr gut passen und dann kommt es hier oben auf den Hochpunkt an. Wie gesagt, die 15.593 oder aufgerunde 15.600 werden es dann entscheiden, wie der weitere Marktverlauf dann sein wird. Von den Gaps her haben wir hier unten nochmal so ein kleines bei 15.000 Punkten, aber da könnten wir das sehr, sehr gut, sage ich mal, in den Stop-Loss mit anpassen und ja, den Stop-Loss so bei 14.900 Punkten legen. Das wäre für mich ein geeignetes Setup für eine kleine, zumindest kurzfristige Trendwende, um dann im Endeffekt diesen Move mit nach oben hin mitzunehmen. Es wären auch knapp drei Prozent, um dann nochmal zu überlegen, okay, hatchen wir das ganze Ding, machen wir nochmal eine Short-Position auf, also eine Gegenposition ohne Risiko oder halt nicht. Aber wie gesagt, da müssen wir jetzt erstmal ein bisschen abwarten. Momentan warte ich hier auf das tiefere Tief. So, gehen wir dann schon rüber zum Gold-Market, auch der komplett gelitten. Natürlich, wenn der Dollar so stark ist, brauchen wir nicht erstmal mit riesigen Long-Positionen hier was versuchen. Trotzdem muss ich dazu sagen, ich bin momentan wieder in der Long-Position drin. Entry war hier oben bei 1.860, also ihr hättet jetzt sogar nochmal ein bisschen besseren Entry, solltet ihr den kriegen. Wir haben diesen ganzen Pump von damals erst einmal gefüllt. Es kann noch ein bisschen tiefer gehen in Richtung 1.836, trotzdem bin ich schon mal rein und habe mir aber auch hier mehrere Entries gesetzt. Es wäre dann hier zum Beispiel dieses Tief eben bei 1.836, wo ich nochmal aufstocken würde und dann möglicherweise hier unten nochmal bei den 1.815 Stop-Loss. Unter dem letzten Tief, ich glaube nicht, dass wir diese gesamte Struktur, die wir hier im Daily gebildet haben, also dass wir dieses Tief hier nochmal rausnehmen, glaube ich derzeit zumindest noch nicht. Würde meiner Meinung nach wenig Sinn ergeben, aber wie gesagt, sagt niemals nie, ist eine risky Swing-Position, aber momentan halte ich daran erst einmal fest. Wir sind jetzt auch hier am 0,5er. Das Golden Pocket, wie gesagt, wäre nicht wünschenswert, weil sollten wir das Golden Pocket hier unten testen, haben wir automatisch ein tieferes Tief gebildet, weil diese Struktur gebrochen wäre und dann könnten wir uns damit anfreunden, dass wir vielleicht nochmal einen Peak nach oben hin sehen, aber grundsätzlich die Reise dann weiter nach unten hin geht. Aber ich bin weiterhin bullisch, was Gold anbelangt. Das sind für mich auch attraktive Kaufkurse. Natürlich Spot-mäßig, nicht, sage ich jetzt einfach mal, digital, aber schauen wir einfach mal, was kommt. Langfristig bin ich auf jeden Fall weiterhin bullisch, was die ganze Sache hier anbelangt. So, und dann sind wir schon am Schluss angekommen. Gehen wir rüber zu Krypto. Wie sieht es dort aus? Fangen wir mal mit den kleineren Timeframes an, weil ich kein Video heute extra mehr dazu gemacht habe. Im 4-Stunden-Timeframe tut sich einfach nichts. Wir haben Wochenende, wir chillen hier bei 27.000 US-Dollar. Tut sich wenig. Wir haben hier unten noch so eine kleine Ineffizienz, beziehungsweise das Golden Pocket bei 26,5. Schauen wir mal, ob das hält. Sollte das halten, haben wir eine gute Chance, hier wirklich nochmal die Marke von 27.500 oder sogar 28.300 US-Dollar anzulaufen. Also grundsätzlich der Markt derzeit nicht wirklich bullish, nicht wirklich bearish. Wenn wir uns das Ganze mal angucken, eine übergeordnete Seitwärtsphase. Wir versuchen, höhere Tiefs zu bilden, brauchen aber wie gesagt noch das signifikant höhere hoch, um hier wirklich mal von einer Trendwende zu sprechen. Derzeit sieht es noch nicht so mega bullish aus, aber der Markt kann uns ja noch von was anderem überzeugen. September war bearish, der Oktober, November weiß ich nicht. Also ich bin da immer noch ein bisschen zwiegespalten. Ich rechne erst so mit einer richtigen Jahresendrallye dann gegen Ende November, Anfang Dezember. Aber wie gesagt, kurzfristig könnten sich hier nochmal Longchancen tun bei 26.500, um dann eine Position bis 28.300 mitzunehmen. Mehr sehe ich aber derzeit nicht. Der Markt ist für mich absolut shady, genauso wie zuletzt einfach der ganze US-Dollar-Markt, beziehungsweise auch Storix, Storix, Stocks und Forex-Märkte auch für mich sehr, sehr strange waren. Aber gerne schreibt mal eure Meinung dazu. Was haltet ihr davon? Nächste Woche sehen wir wieder deutlich steigende Kurse oder meint ihr einfach, das Ding dampft jetzt einfach komplett runter. Habe ich schon viele Meinungen gehört, aber eure Meinung würde mich auch interessieren. Schreibt es unten gerne in die Kommentarspalte rein, würde ich mich richtig darüber freuen. Außerdem natürlich gerne ein Like da lassen, ein Abo da lassen, Glocke aktivieren, wenn ich euch weiter nerven soll. Und damit bedanke ich mich fürs Anschauen vom Video, für allen anderen Support und würde sagen, wir hören uns dann morgen zu einem aktuellen Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende und ja, wir sehen uns zum nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao, ciao und wie immer, stay crypto.